Musik Und golly, guten Tag mit euch und willkommen zu einer sehr lustigen Challenge, die mir über Twitter der Xenotomie zugeschrieben hat. Und er hat geschrieben, such dem Anfang von Survival Games einen Spieler aus, den du beschützen musst. Er muss mindestens ins Deathmatch kommen. Und das ist an für sich eigentlich, wenn man es so sieht, eine coole Challenge, wenn man darüber nachdenkt. Das ist einfach nur ein ganz normales Teamplay im Survival Games. Deswegen werde ich jetzt nicht sagen, wen ich beschütze. Also ich werde demjenigen nicht sagen, ich beschütze dich, sondern ich werde einfach jemanden beschützen, ohne es ihm zu sagen. Okay. Und ich beschütze... Wen beschütze ich denn? Wen gibt es denn hier alles so? Melly die Beste. Ich beschütze Melly die Beste. Doch, das ist ein Mädchen, die muss ich beschützen. Okay. Melly die Beste. Oh, da war ein Eisenschwert drin. Alter Schwede, das wird ein hartes... Das wird verdammt hart. Oh, scheiße. Okay, das wird verdammt hart. Der hat ein Eisenschwert und ich habe gar nichts und ich kann Melly nicht beschützen. Ich muss Melly versuchen ins Deathmatch zu bringen, okay? Gut, Melly die Beste. Ich werde dich finden und beschützen, aber zuerst dann brauche ich eine Waffe. Und da habe ich eine Waffe. Sehr gut. So, jetzt muss ich Melly finden. Melly, 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 Melly. Melly, wo bist du? Oh, ich heiße COD-Player. Oh, YOLO hat... Melly die Beste hat jemanden getötet. Okay. Melly, die Beste ist gar nicht mal so schlecht. Nämlich die Beste ist sie. Okay, ich werde sie finden und ich werde sie beschützen. Melly, ich beschütze dich, okay? Melly, ich werde dich schützen, ey. Melly. Okay. Okay, Melly ist noch immer am Leben. Melly, wo bist du? Okay. Sie kommt in die Mitte. Jawohl. Wir treffen uns. Ich bin verliebt, Leute. Ich bin verliebt. Oh. Mein erstes Date. Hallo. Ist das Melly die Beste? Nein, ist es nicht. Oh, shit. Oh, shit. Okay, ist ein bisschen weiter weg. Ich esse einen Goldapfel. Und dann schreibe ich mir den Hund. Okay, er hat eine bessere Ausrüstung gehabt, aber ich habe ihn besser getroffen. Aber ich habe einen Goldapfel jetzt gegessen, mein Freund. Und der Goldapfel wird mir zum Sieg verhelfen. Remember me. Ich hoffe, du erinnerst dich an mich. So. Zack, das war schon mal ein schöner Anfang in meiner Bodyguard-Karriere. Melly, Melly, wo bist du? Melly, bist du noch am Leben? Nein. Melly? Melly ist tot. Melly ist tot. Was? Melly ist tot. Ihr habt Melly getötet, ihr Schweine. Wer war das? Wer war das? Von Olmo. Olmo, ich werde dich finden. Und Melly rächen. Rächen mit A. Ich bin so scheiße. Oh, Gott. Ne, jetzt wird... Doch, Paps. Olmo. Olmo, ich werde dich töten. Wenn es das Letzte ist, was ich tue, dich werde ich noch finden. Olmo. Ich werde dich finden. Du hast Melly getötet. Du hast mein Lebensziel zerstört. Wo bist du? Olmo, du hast alles zerstört, wofür ich jemals gekämpft habe. Ich habe mich verliebt und du hast mir alles genommen. Du hast mir den Menschen genommen, der mir im Leben am wichtigsten war. Wie kannst du sowas nur tun? Olmo? Ich werde dich mit... Ich werde dich mit... Ich werde dich jetzt alle ausrotten, bis ich Olmo gefunden habe. Und auch wenn es das Letzte ist, was ich tue, Olmo. Serkan ist cool. So. Da ist er. Ist das Olmo? Ne. Da ist jemand an. Wo bist du? Da ist jemand. Da sind zwei. Okay. Da sind zwei Leute. Auf meinem Weg, Melly zu beschützen, muss ich an vielen Hindernissen vorbei. Ich muss den nächsten Goldabfühl jetzt verzehren. Okay. Okay. Ihr kleinen Spasten. So. Ist Olmo tot? Nein. Olmo war von den beiden keiner. Aber egal. Ich habe jetzt ein Eisenschwert. Und ich habe schon ein Team ausgerottet. Nur für Melly. Ich werde auch Olmo noch finden. Nein, das ist nicht Olmo. Er ist der nächste auf meiner Liste des Todes. So. Okay. Ist das ein Team? Ne, ist das nicht. Shit. Jetzt wird es... Jetzt wird es... Ich will nur Olmo töten. Du bist Olmo. Ich habe dir gesagt, ich werde dich töten. Dabei bleibt es, mein Freund. Nein. Du nimmst mir nicht... Du nimmst mir nicht den Sieg über Olmo. Basti, welthand. Du nimmst mir nicht den Sieg über Olmo. Du nimmst mir nicht... Niemand nimmt mir den Sieg über Olmo. Olmo. Du bist des Todes. Und du auch. Ihr seid alle des Todes. Okay. Olmo. Olmo. Das war die Rache. Was habe ich für eine behinderte Runde hier gemacht? Alles nur für Melly. Okay. Okay, Leute. Es hat Heilgeistes gestört. Ich bin... Ich bin furchtbar. Ich bin ein schlimmer Mensch. Was manchmal in meinem Kopf abgeht. Okay. Wir suchen uns jetzt jemanden, den wir beschützen können. Und den beschützen wir dann. Okay? Gut. So, diesmal versuchen wir direkt von Anfang an, jemanden zu beschützen. Und ich versuche diesmal... Nimauke. Ah, das ist komisch dein Name irgendwie. Aber... Oh, komm. Nimauke. Nimauke. Ich... Ich will es ihm eigentlich nicht sagen, aber... Nimauke. Ich schreibe einfach nur Nimauke im Chat. Okay. Gut, gut, gut. Shit. 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 Mist. Keine Waffe. Das ist wieder kacke, wenn keine Waffe da ist. Okay. Ich brauche erstmal eine Waffe. Ich werde Nimauke wiederfinden. Nein, ich werde ihn nie wiederfinden. Es ist wieder klar. Ich werde ihn nie wiederfinden, aber ohne Waffe kann ich ihn auch nicht beschützen. Komm schon, eine Waffe. Shit. Ich muss eine Waffe haben, sonst kann ich Nimauke nicht beschützen. Komm schon, eine Waffe. Okay, Schutzzeit ist zu Ende. Bitte Nimauke, stirb nicht. Ist da einer von denen Nimauke? Nee, ist nicht. Gut. Ist da einer von denen Nimauke? Nein, auch nicht. Okay, die kämpfen alle, aber... Nimauke ist in Sicherheit. Nimauke. Nimauke, du lebst noch gut. Nimauke. Scheiße. Immer noch... Immer noch keine Waffe. Nimauke. Pass auf dich auf. Okay. Da kommt jemand. Ich habe keine Waffe. Oh, da kommt noch. Vielleicht kann ich die gegeneinander... Da ist Nimauke. Ich muss Nimauke schützen. Nimauke. Nimauke. Ich bin da. Scheiße. Jetzt musst du mich zuerst beschützen, Nimauke. Nimauke, beschütze mich. Nimauke. Beschütze mich, bitte. Bitte Nimauke. Hallo. Bitte, bitte. Bitte beschütze mich. Du musst mich... Du musst mich... Nimauke, hast du eine Waffe für mich? Bitte, ich beschütze dich. Ich beschütze dich, Nimauke. Du musst mir nur eine Waffe geben. Scheiße. Jetzt kommt der andere Typ da wieder. Nimauke, mach doch was. Er schreibt nur. Nimauke, gut gemacht. Gut gemacht. Nimauke. Du bist der Beste. Du bist der Beste. Ich gebe dir einen Heiltrank. So. Okay. Danke, danke, eine Eisenachst. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke, danke, danke. Oh Gott. Okay, Nimauke. Ich beschütze dich jetzt. Du weißt zwar nicht genau, was das bedeutet, aber... Ich würde dich beschützen. Ich beschütze dich, ey. Nimauke, pass auf dich auf, okay? Es können überall Gefahren lauern. Alter, Nimauke hat einfach mal das Ding gerissen. Er hat einfach das Ding gerissen, ja? Ich beschütze dich, Nimauke. Egal, wenn jemand was von dir will, Wenn dich jemand verletzen will, dann... Ich beschütze dich, okay? Ich bin da für dich. I'll be there for you. Okay, jetzt bist du ein bisschen creepy. Okay, Nimauke. Soll ich dir folgen? Ich folge dir, Nimauke. Okay, ich muss mit ihm kommunizieren, sonst geht das nicht. Oh, vielen Dank. Er gibt mir sogar noch gute Ausrüstung. Echt ein sehr schöner Nimauke. Du warst die richtige Entscheidung, die ich getroffen habe. Okay. Ich muss dich ins Deathmatch bringen. Das ist alles, okay? Das ist alles. Kriege ich hin. In Gedenken an Melly. Hi. Oh, ein bisschen Essen. Komm her, du kriegst auch noch eine Kartoffel ab. So. Nimauke. Wir beide, ja? Uns kann niemand aufhalten. Nimauke, wir zusammen. Ja, wir können es schaffen. Und für alle Leute, die jetzt schreiben, Team oder so. Leute, erstmal ist das eine Challenge. Und zweitens habe ich gerade in der Runde davor alleine gegen alle Gaunt. Hast du einen Bogen? Ja. Ich habe einen Bogen. Okay. Ah, ihr wollt mir auch einen geben. Ich beschütze dich nicht, Mock. Da sind ganz viele Leute. Da. Scheiße. Okay. Nimauke. Nimauke, halte ich zurück. Nein, Nimauke, halte ich zurück. Oh Gott, oh Gott. Ich booste dich ein bisschen. Damit du erstmal angreifen kannst. Okay, Nimauke. Okay, Nimauke. Das ist ein Team, die kämpfen gerade gegen einen alleine. Wir müssen das Team fertig machen. Komm schon. Okay. Oh, oh. Jetzt wird es brenzlig. Kampfsituation. Du lässt erstmal schon mal die Leute hier in Ruhe. Ja, jetzt bist du eingekesselt, ne? Oh, was machst du jetzt? Nichts mehr, ne? So, du hast ein Diaschwert. Alter Schwede. Alter Schwede, lass Nimauke in Ruhe. Ich hau dich platt. So. Okay, ein Diaschwert. Das gönnen wir uns schon mal, um Nimauke noch besser zu beschützen. Okay, perfekt. Eisenhose. Nimauke. Nimauke, warte! Oh Gott. Nimauke. Oh, warte, warte. Aber es war ein starkes Team. Dia-Achse und Dia-Schwert. Aber da habe ich dann mit Nimauke abgeräumt, ne? Kann man jemand erzählen, wie oft ich Nimauke in diesem Video gesagt habe? Bitte. Danke. So, Nimauke. Komm. Den holen wir uns jetzt noch. Und dann ist, glaube ich, Def mit. Ne, gleich Def mit. Okay. Oh, Nimauke. Ich bin dein Beschützer. Für Leben und Tod. Ja, ich werde für immer an deiner Seite kämpfen. Für immer und ewig, Nimauke. Denn Nimauke kommt und geht weiter. Okay, er rennt weg. Unser wehrloses Opfer. Und er will ins Wasser. Oh, er ist ein Spinnennetz. Armer Typ, armer Typ. Hui, 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 Nimauke. Hui, Entschuldigung. Oh, da wieder ein Zweierteam. Ist das ein Zweierteam? Oh. Nein, erstmal holen wir den jetzt hier. Oh, oh, oh. Hey, hey, Nimauke. Warum haust du mich? Hey. Okay, einer hat geschrieben, ich hatte recht, er ist down. Und ich spielte gut gekillt. Nimauke, pass auf dein Leben auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt wird es gefährlich. Ich kriege nicht so schnell den Nimauke ein Gold. Nein. Lass dich nicht auf den Kampf ein, Nimauke. Ich will nicht, dass du kurz vorm Finale stirbst. Oh Gott. Nimauke. Bitte, lass dich nicht auf so einen gefährlichen Kampf ein hier mit so einem Raudi. Ja? Nicht mit so einem Raudi. Okay? Deathmatch beginnt in 30 Sekunden, Nimauke. Halt dich zurück. Nimauke! Bist du komplett behindert? Ich helfe dir Heidrenke an den Kopf, Junge. Alter. Du behindertes Stück. Nimauke, verbrenn doch nicht einfach. Alter. Schütz dich. Pass auf dich auf, Nimauke. Halt dich zurück. Bleib hinter mir. Okay, Nimauke. Bleib hinter mir. Nimauke ist... Nimauke ist... Oh Gott, Nimauke ist auf der Seite. Nee. Nimauke ist da. Bleib hinter mir. Bleib hinter mir. Nimauke. Nimauke. Ihr lasst jetzt erstmal Nimauke in Ruhe. Okay? Nein. Nein. Oh Gott. Keiner greift Nimauke an hier. Keiner von euch greift Nimauke an. Wo ist der? Sind die alle tot? Nee, der andere noch nicht. Hey, Nimauke warte kurz. Ich beschütze dich doch nur. Oh Gott. Oh, ich brenne. Wie ein Idiot. Jawohl. Sehr nice. Sehr nice. Du hast es geschafft. Okay. Mein Lebensziel ist erfüllt. Tschüss. Tschüss. Alle schreiben ha-ha im Chat. Slash-Renick. Nee. Ich weiß nicht, wie das Knick nehmen geht. Annick. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich Annick ist. Sonst hätte ich das gemacht. Okay. Das war die Bodyguard Challenge. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Nimauke zu beschützen. Ähm. Auch wenn die Mauke eigentlich am Ende ziemlich gut ausgerüstet war. Er hätte meine Hilfe gar nicht mehr gebraucht. Aber, äh, Melly habe ich da nicht geschafft zu beschützen. Aber dafür habe ich sie gerecht. Ja, das war die Rächer und Bodyguard Challenge. Okay. Ich habe es eigentlich gefallen. Wenn ja, lass auf jeden Fall eine Wettung da. Äh, wir sehen uns dann heute Abend bei Ungefilmt. Oder morgen bei der Endergames-Serie oder bei Ungeschlagen. Hau rein und ciao.